Interessant. Nein, die scheiß Waffe nehme ich nicht mit. Tja. So ist das halt, ne? Was ist das? Noch ein Wächter bricht auf. Shit. Nein, gehen wir erstmal nach da. Gehen wir erstmal nach da. Putz, Alter. Eine BR. Sehr schön. Dahin ist das ja was ich suche. Sichtkontakt zu einem Schwerkraftkern. Allianzschild ist im Weg. Feuer auf den Schwerkraftkern eröffne. Schaltet ihn aus. What the fuck? Was war das? Was? Was? Das meinte Kortanze also damit, dass sie zu Gewalt als Problemlösung neigen. Aber der erste Kern ist deaktiviert. Die anderen sind in der Nähe und leicht zu finden. Können wir sie mit der Atemis aufspüren? Gute Idee, wer. Osiris. Alle Schwerkraftkerne finden und zerstören. Sein Name war Bidjan. Ein einfacher Verhalten. Okay, jetzt brauchen wir uns jetzt nicht nochmal anhören. Sehr schön. Sniper haben wir hier zu empfinden. Oh. Wie konnte ich den uns übersehen? Jetzt wird's ne Party. Fickt euch. Warum verteidigen die das denn jetzt? Warum verteidigen alle ganzen Leute jetzt diese Scheiße? Aus dem warum halten sie so viel aus? Oh ja, das wird ne Schweinerei, du. Einer down. Wir verschwenden nur Zeit. Es gibt noch mehr Verbindungen zu trennen. Die Atemis kann helfen, diese Kerne zu füßen. HP ist sie doch mal jetzt. Jasmiah. Okay. Da können wir jetzt schön draufhalten, einfach. Kerne zerstört. Zwei Kerne zerstört. Nur noch drei, dann sollte das Kryptom herabsinken. Wie noch? Sweet. Ich guck jetzt einfach mal, wie ich jetzt, wie was mache. Mach's einfach, ja. Hör auf zu labern, Junge. Ruhe jetzt, ja. Ja, schmeiß mir mal Papier nach mir. Boots, boots, boots. Okay, erledigt. Darum liegt ein Pelican rum. Danke. Wenn die Allianz nicht die Quintana ist, dann weiß ich. Start! Ah, Jameson Fox, Ex-MD-Affiliers-Spezialist. Hübscher Name für einen Killer. Aber ihre Akte zufolge hat nie Spaß bei der Arbeit. Oh, Nithernaka. Oh, oh. Wie kamen sie nach der Verglasung von Minav durch die psychologische Untersuchung? Ich will sie von scharfen Biergestätten ferngehalten. Von Waffen erst recht. Konzentration ist alles. Ignoriert. Findet die Schwerkraft, Kerne. Hold on. Sind sie mich alt? Sind sie mich alt? Welt, konzentrier dich. Ja, Welt. Konzentrieren Sie sich auf ihre nutzlose Aufgaben. Sie haben einen Krieg zu verlieren. Die letzte Schlacht, die die Menschheit je schlafen hat. Die Brüte bringe ich die Briebude bei dieser Gestaden. Okay, das macht mir langsam ein bisschen Angst. Ich mag Kota nicht mehr. Nicht nur, weil sie hässlich aussieht. Siehe Schwerkraft, Kerne. Schalte das Ding aus. Sofort. Geschütze in Deckung. Ja, nee. Ist klar. Ist auch noch ein Hintergeist. Ich auch nie. Ach so. Das ist Apfelz meiner Spartans. Ach, ist das so. John. Die anderen. Sie sind die Retter der Menschheit. Und was ist sie? Nichts als Kind. Verkleidung. Dr. Halsey glaubt, wir können den Schiefer aus. Ich würde mich von Dr. Halsey verankern. Warum? Sie wird für ihre Verbrechen gesorgt. Für ihre Verbrechen, ja. Sie könnte sich nicht so an dieses Spartans verliebt haben, wenn sie nicht dieses Verbrechen begangen hatte, dumme Tussi. Soweit ist es schon gekommen. Ich beleidige Gottana. Was ist los? Das hat aber keinen Sinn. Noch ein. Ich glaube nicht, dass sie in diesen Krypton sind. Ganz ehrlich nicht. Nicht ansatzweise. Feuer auf den Schwerkraftkern eröffnen. Schaltet ihn aus. Was ist denn jetzt? Was stimmt denn mit dir nicht? Was ist denn mit dir jetzt falsch? Wo kommst du denn jetzt her? Was stimmt denn mit dir? Verrückter Morgen, Junge. Und übrigens, was ich eigentlich schon ganz immer erwähnen wollte, aber ich jetzt mal vergesse. Im Spiel, was zur Zeit als Neben-Let's-Play-Macher Berg, äh, könnt ihr die Drachen auch benennen. Weil ihr Interesse habt, die Drachen mal zu benennen, dann einfach mal in die Kommentare schroten. Und zwar in denen von dem Berg, wie du es. Das wäre ganz nice. Hier hinten. Muss ich jetzt langsam dackeln. Wir halten das hier einfach mal, weil es... Keine. Ähm. Bug. Sehr schön. Das fällt mir doch. Aktivieren Sie den Überbrückungscode, um das Kryptom abzusenken. Ach, komm. Komm. Ich frage mich, warum er den ewigen, äh, warum sie den ewigen Wetter nicht auf uns loshältst. Also ich kann jetzt nur versuchen, von der Distanz ein bisschen was zu platzen. Weil ich sonst langsam echt direkt an der Fresse kriege hier. What the fuck, wie die fuck ficken. 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 Ich kann echt mit dem Gedug gehen. Das ist Ziebangen over 9000, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wächter abgezischt sind. Solange wir das Kryptom erreichen, bevor es verschwindet. Einfach schon mal reinklatschen. Ob man einen sieht oder nicht, ist ja egal. Ich find's einfach nur unglaublich kratzt, wie viel die schlucken, die Schweine. Ich hab keine Ahnung, ob ich treffe oder nicht. Schnell Mensch, der Zugang zum Kryptom ist doch, wo wir angekommen sind. Das ist ja interessant. Ah, scheiß Geschützweg. Aktivieren Sie den Überbrückungscode, um das Kryptom abzusenken. Ja, 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 ja. Ich muss noch einen heißen Tanz auf Parkett legen. Zwei sind down, einer ist 20 down, okay. Zwei sind down von uns. Okay. Alter, die halten aber auch richtig krass viel aus hier, ey. Wer zum Fick ballert mich denn hier eigentlich alles ab? So, Basi-Type weg. Ist auch ein Basi-Type versus ein normaler Typen. Ich muss noch ein bisschen schlafen, um das zu tun, 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 um das zu tun. Ja. Ja. Okay, da ist dieses Ding. Ich will mal kurz nach der Basi mal gucken. Oder die... So, alter, was soll ich jetzt mitnehmen? Nein, Sniper kommt nichts. Mach ich. Sehr schön. Ich bin jetzt mal kleiner engeезden. Ich bin jetzt einfach die donnrenge.